Der Schaum kommt rein und meine Freundin kriegt hier den ganz neuen weißen, mit hinten auch Walkschnalle, dass er richtig schön laufen kann, wenn man gerade nicht auf der Piste ist. Jetzt kommt der Schaum rein, Schatzi. Jetzt fängst du an mit den Knöcheln nach außen. Jetzt geht's rein, jetzt kommt der Druck. Nach außen wackeln die Knöchel, jawohl, und wieder rein. Und nochmal raus, läuft schon durch, wird schon enger. Und zurückkippen, jawohl, jetzt gehen wir nach hinten. Also wenn man nicht wüsste, dass wir einen Skischoo machen, könnte man meinen, das ist was ganz anderes, was hier gerade abläuft. Und wieder auf. Und jetzt fängst du an zu ziehen, bitte. Kräftig ziehen, nimm die Griffe weiter hinten, ist besser. Drück dich runter. Genau. Richtig rein, pressen. Genau, so geht's am besten. Jawohl. Und? Ja. Mir platzt gleich der Fuß, ja? Ja, genau. Oh mein Gott, jawohl.